Jetzt, jetzt schneide ich es nicht mehr. Nö, nö. Geht es weit. Ich muss ungefähr hier abspringen. Dann nach rechts drücken und dann, ja, das war jetzt zu weit. Das wird wahrscheinlich auch wieder zu weit, es sei denn, ich bremse irgendwie ab, so. Es hört sich die ganze Zeit so an, als wenn eine Fliege in meinem Kopfhörer ist. Wahrscheinlich wegen dem, ja, wegen dem Sound von Meat Boy. Och. Ja, ich springe noch in die kleine Hücke. Ich hatte es gerade fast. Ich hatte es fast. Okay, so, komm, jetzt aber. Jetzt wasche ich die immer schnell durch. So, das Vieh ist jetzt da unten, das macht sich relativ gut, würde ich mal sagen. Okay, ich, ähm... Ich stelle mich echt dumm an. Ganz ehrlich. Was hat sich immer noch so an, als wenn ich eine Fliege im Ohr habe? Was ist denn das für ein Lied, ey? Ist mir noch nie aufgefallen. Entweder, sind meine Kopfhörer kaputt oder ist es das Lied? Bssst. Schon wieder. Und es ist nicht irgendwie hier in meinem Zimmer, es ist... Irgendwie... Mh... Gehört irgendwie zur Musik oder so. Oh man, ey. So, jetzt komm. Komm, jetzt. Jetzt einmal ein. Spring. 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 Ich fange hier drauf. Ich fange jetzt hier. Da, jetzt! Ich habe springen gerückt. Ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber ich... Ich habe es gehört. Ich habe es gemerkt. Ich weiß ja, was ich mache. Ey. Mh... Meat Boy, ey. So, jetzt. Zurück. Hier. 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 Zack. Zack. Und jetzt. Schon wieder. Schon wieder. Er will nicht springen. Meat Boy weigert sich. Was soll das? Du darfst dich nicht weigern, Meat Boy. Ich bin der Spieler. Nicht du. Ich kann das entscheiden, ob du springst oder nicht. Nicht du. Ey. Okay. Jetzt wird er gar nicht mehr springen. Schön. Echt schön. Ja, okay. Das war jetzt nicht weit genug. Von hier aus müsste es reichen. Immer noch nicht. Okay. Jetzt reicht es aber. So. Ich... Ey. Ich reg mich nicht auf. Nein. Wie kommt ihr da rauf? Wie kommt ihr darauf, dass ich mich aufrege? Weil, dass das voll nett ist und so. Ich schaffe es. So. Jetzt aber. Jetzt ist er sogar mal gesprungen. Ey. Komm. Piep. Mich. Ich sag unabsicht piep, weil dann sag ich keine Ausdrücke. Und das ist besser. Wuhu. Wuhu. Piep. 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 Meat Boy, du. Piep. Oh Mann, ey. Oh Mann. Was soll denn der blöde Mist hier? Das ist doch gar nicht so schwer. Schaff ich das denn immer nicht? Okay, das war mal eine eigene Dummheit. Das lag jetzt nicht im Spür oder so. Ach komm schon. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ich habe mich auf die Ruhe geguckt. Shit. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen auf. Ach komm Meat Boy. Ja, ist klar. Wir springen einfach nicht. Kein Sinn. Gut. Hier schaffe ich es. Ich habe es geschafft, aber Meat Boy heute mal wieder nicht so. Okay, jetzt komm. Schaffst du. Ja, gut. Und. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich werde es. Das ist meinetwegen blöden Schlüssel. Ich spring. Ja, okay. So geht es auch. Das ist zwar eigentlich nicht, aber. Ah, jetzt habe ich ihn verarscht. Okay, gut. Wie unfair. Mann, ich mache mal wieder den selben Fehler. Gut. Ich bin gerade, ich sterbe jetzt. Okay. Merken. Nicht abspringen. Einfach hochrutschen. Wenn du es nicht schaffst, fällst du halt. Aber du fällst wenigstens nicht durch deine eigene Dummheit. Obwohl, irgendwie. Ach, scheiße. So. Wieso hängt der Schlüssel eigentlich an der Angelschnur? Hat die nicht mal geangelt oder was? So. Ich glaube, ich habe 43 angefangen aufzunehmen oder sowas. Irgendwas mit 40 was. So. Mietball, du bist echt cool. Du bist echt, echt, echt cool. Mietball, du bist echt cool. Sowas von cool. So. Spring, spring. So komm, hier ist aber... Dich habe ich abgehängt. Kanten gut. Gut. Oh. Perfekt. Ja. Endlich habe ich mal den Nicht-Infeeler gemacht. Oh, die ganzen Meatballs, ey. Uuuu. Wie geil es gerade aussah, ey. Das will ich mal kurz sehen. Das sah echt geil aus. Und die meisten sind da unten dann. Lol, ey. Das sah gerade echt geil aus am Anfang. Naja. Weiter. Oh, 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 oh. Sowas schon wieder. Okay. So ein Level und der Zeitdruck sind immer noch besonders schön. Wieso schaffe ich denn das nicht? Das ist gar nicht so schwer. Sag ich doch. Ja, du behinderte Raupe. Das ist voll gemein eigentlich. Die schmeißen ja ganz viele Rauben auf einen Haufen. Und das brauchen die, um mich zu töten. Okay, das war ein bisschen... Ich bin ein bisschen doof. Ach, kaum schon, Meatball. La, 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 la. Okay, das ist echt ein Fieser-Sprung. Da muss ich sagen, das ist ein Fieser-Sprung. Und, renn, und, ja. Nein. Ich hatte es doch. Ich hatte es doch. Ich hatte es doch. Okay, da muss ich Feuer los, sonst kriege ich keine Grenade. Das sehe ich so schon. Außerdem ist es dann einfach für mich, weil ich nicht ganz unter Zeitdruck stehe. Nur da hinten mit der kleinen Raupe, dann wird es schwierig. Schön. Spring, spring. Okay. Na, jetzt wollte er wieder nicht springen. Was ist denn los mit dir mit... Boy. Fleischjunge. Alter, was sind das hier für Sprünger? Das sind da... Für mich richtig krass Zeitdruck, weil man hinter der Raubbrüder gesprungen ist. Also hinter der Raubbrüder hier in den Tunnel gegangen ist. Oh Gott, das war ja richtig schlimm. Oder... Oh mein Gott. Die Boy. Ich schlafe doch nicht. Also ne, äh... Raubreine. Gibt's doch nicht, ey. Oh Mann, ey. Was ist denn das für ein krankes Label hier, Alter? Na. Ey, Leute. Jetzt dürft ihr mich einmal zuflamen. Ich dürfte schreiben, ey, Spuki, du bist echt dumm. Jetzt dürft ihr mich mal zuflamen, bitte. Weil... Das war echt... Dumm von mir. Ich hatte es fast... Oh, ich denke mir mal, ich spiele mal rüber. Oh, hey, hey, ich bin cool. Ich bin Spuki 2010, Spuki 2001, oh. Ich kann das ruhig mal machen. Oh, ey. Bin ich dumm. Mann, ey. Jeder Anfang, der ist jetzt schon so geringen Meister. Zack. 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 Ich weiß, was die sich sehr wärm sagen. Na. Oh, ihr, der zuchtet mich zweimal zuflamen. Cool. Ich weiß jetzt aber, was diese Sprünge hier bedeuten soll. Man muss im Zickzack springen. Zack. Ja, aber man hat Sinn kriegt nicht so wie ich. Zack, 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 zack. So, so, so. Ich habe jetzt den rausgefunden, den man hier machen soll. Okay, Leute, wartet mal ganz kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Meine Mutter wollte nur kurz was von mir. Ja, und. Das wähle ich wahrscheinlich. Ja, sag ich ja. So cool, ey. Ich hatte es schon zweimal fast. Was mache ich? Ich springe mal mit dem Ball rüber. Äh, über. Ich bin nicht gleich. Ganz cool. Hm, 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 hm. Da, 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 da. Fail, Bob. Fail, 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 Bob. Ich müsste mal so eine Fake-Musik entblenden, wenn ich so richtig mies fahle. Richtig dumm. Wieso habe ich gerade hinter der Raupe gewartet? Oh, Mann, ey, das ist doch einfach noch unfair und unmenschlich und unfair und... Kann die andere Raupe mal ein bisschen schneller kriechen oder einfach verschwinden? Ich wäre echt nett von der. Ganz ehrlich. Von... Ah. Ey, nee, das ist doch... Vorher ging es doch auch, wie schaffe ich denn das jetzt nicht mehr? Puh. Ich glaube, ich bin einfach zu schnell. Sage ich ja, ich bin zu schnell. Geht das an... Dumm, dumm, dumm. Dö, 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 dö. Jetzt ist es gestart. Ich hätte jetzt am liebsten schreien können, aber es ist zu spät, um zu schreien. Ich meine, man kann um 81 mehr schreien, also... Kann man schon aber... Dann kriegen wir Ärger mit den... Nachbarn. Jetzt möchte ich mal kurz sehen. Oh, Mann. Mal sehen, ob die anderen Versuche schneller gewesen wären, die in den Abgrund gesprungen sind. Ja, der eine wäre definitiv schneller gewesen, ist bloß leider, dummerweise, unten in den Abgrund gefallen. Ja, okay, nächstes Level. Und... Och, ich hasse sowas. Hä? Ich glaube, dass ich ganz fest daran so... Schlimmes kann man nicht einfach hier so... So... Bäm. Okay. Ich glaube, man kann irgendwie sich da ein bisschen durchschummeln, sage ich mal. Ich wette, es geht. Ich muss irgendwie gehen, es wäre jetzt ans Traum. Ich höre anscheinend doch nicht. Ah, und da links ist so ein scheiß Geist. Cool. Ah ja, und letztes Mal habe ich mich da unten rechts hingeschummelt, habe es nicht gleich ausgenutzt, was ziemlich unklug war, wenn ich schon da unten rechts war. Okay, so. Kann ich das alles umgehen? Oh, wieder so ein Sprung. Okay, das ist das... Nett, sage ich einfach mal. Ich sage dazu jetzt einfach mal nur, nett. Wirklich. Nett. So, jetzt bist du hier und rein. Bum, 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 bum. Nicht noch so ein Vieh, bitte. Ja, komm, okay, bringe ich um. Ich hätte eigentlich damit ahnen müssen und was? Dennoch. Ich gehe hier rüber. Zack, 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 zack. Ich hasse diese roten Viecher. Ich hasse Gegner in Mietboe generell. So, ich finde, das ist so schon schwer genug. Wieso fügen die dann noch so eine Gegner ein? Weil damit es noch schwerer wird. Ja, ist mir klar, aber... Warum? Wir wollen doch nicht echt die Menschen quälen, oder? Ja, wohl, sonst würden sie so ein Spiel nicht erfinden. Ach, komm, jetzt. Ist doch nicht, wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Hm, klar. Hm, logisch. Ey, komm. Ich weiß, man kann es anders machen, aber ich möchte es so machen, weil ich cool bin. Okay, jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt habe ich es nicht mehr. Gut, 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 gut. Zack. Ja, das ist, äh, mein Schrein. Also, es soll eigentlich mein Wutschrein sein, aber... Wie gesagt, ich kann hier nicht rumschreien. Deshalb klingt es vielleicht ein bisschen lächerlich, aber es ist mein Wutschrein. Hm, ist klar und so. Hm. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Wild auf meinem Gamepad rumgedrückt. Ich habe dann mich grad an... Es geht't. Ich weiß nicht, Herr Pfeiff. Komm, du mag nicht. Also, ich habe das gar chip. Not die Liebe, um passo dich bei uns, ich noch mal alleine soleck auf. Oh. Vale. Oh, deine Lieber.